Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lager und Verschiede für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement-Get präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Haustierkampf und dann sammeln. Und hier haben wir das neue Achievement, das Maragdgrüne Safari. Und da müssen wir jetzt innerhalb des Maragdgrünen Traums, der neuen Zone aus Patch 10.2, ein paar Viecher uns eintüten. Und zwar sind das insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, also 9. Und ja, fürs Erste soll es anscheinend ein bisschen einen kleinen Trick geben. Und zwar bin ich jetzt hier oben an so einem kleinen See auf einer Insel, auf den Koordinaten 34, 62. Und hier ist es so, dass wir ein Spielzeug einsetzen müssen. Und zwar Freundsprungverteidiger, oder Freundsprungverteidiger, so rum heißt es. Das ist ein Spielzeug, das hat man von den Dreamsearchs bekommen, also das hier Traumsprung, das ja mit 10.1.7 reinkam. Ich meine, das gab es vom Händler gegen die Währung dort. Ich habe auch einen Videoguide dafür aufgenommen. Und dieses brauchen wir jetzt, das müssen wir nämlich hier einsetzen. Und dann, seht ihr, sehen wir nämlich erst ein Pet. Vorher war das jetzt nicht sichtbar. Und das ist schon das Erste, was wir brauchen. Bleicher Schlummerzahn. Und ja, den können wir jetzt quasi dann Pet battlen. Und müssen wir dann dementsprechend fangen. Oh, ich wurde angegriffen. Also ich würde sagen, die Pet Battle Kämpfe, wie ich das fange, zeige ich euch nicht. Das macht das Video nur unsäglich lang, aber wo die Positionen sind. Also hier unten haben wir es, nachdem ihr das Toy eingesetzt habt. Das nächste Pet haben wir dann hier auf den Koordinaten 47.73. Und da habe ich eine Flauschkralle gefunden. Und zwar hier haben wir sie. Der nächste Spot ist nur ein paar Meter weiter. Und zwar hier auf den Koordinaten 48.77. Und dort habe ich den Schlummerzahn gefunden. Das ist der hier. Dann nochmal ein paar Meter weiter. Also hier unten bei den Koordinaten 47.78. Habe ich direkt den nächsten gefunden. Und zwar haben wir hier den Nektarknabberer. Das ist ein Untoter. Mal gucken, können wir den auch... Ah, jetzt. Als nächstes habe ich den Leihirsch gefunden. Der ist hier hinter mir. Und zwar befinden wir uns hier auf den Koordinaten 47.58. Und da können wir uns den schnabulieren. So, da la. Ich habe jetzt an dem gleichen Spot mir noch ein zweites Pet geholt. Stinkling eben. Die sind immer in der zweiten Reihe drin. Das ist so ein Stinktier. Und ich habe eins in blau gesehen. Dann habe ich jetzt erst das quasi in der zweiten Reihe mitgenommen. Und dann nochmal. Da hinten war noch ein Leihirsch. Und hier oben ist jetzt noch eins, was wir brauchen können. Also wir sind immer noch hier an der selben Stelle. Und das ist das Full-Jahr-Junges. Und das holen wir uns jetzt mal. Ich hatte hier auch gerade einen Bug, dass ich irgendwie wieder zurückgeportet worden bin. In die Hauptstadt. Keine Ahnung, was das war. Aber ja, gut. So viel dazu. Dann sind wir auf dem nächsten Spot. Und zwar haben wir hier auf den Koordinaten 47.57. Einmal einen Traum-Dachs. Der ist anscheinend ziemlich selten. Der Ruhl hat mir hier gerade aus dem Stream geholfen, den einmal zu finden. Jetzt heile ich noch. Jawohl, passt schon. Die Pets sind so ein Gehalt. Dann tüten wir uns den noch ein. Also dafür musste ich jetzt schon wirklich lange rumfliegen, bis wir den jetzt hier gefunden haben. So, ich habe jetzt hier das letzte Pet gefunden. Und zwar Stummelzahn nach wirklich langem Rumfliegen. Und ich zeige euch gleich mal die Spots, wo das überall ist. Also da haben wir es eingetütet und es gibt dann auch das Achievement. Ich zeige es euch jetzt mal kurz auf der Map. Also es gibt hier nur ein paar Spots. Der erste Spot ist hier ganz oben bei den Koordinaten 25.22. Dann haben wir einen Spot hier bei den Koordinaten 57.26. Hier ist ein Spot bei den Koordinaten 49.47. Dann haben wir hier unten, wo ich es gerade gefunden habe, auf den Koordinaten 65.69. Dann haben wir einen Spot hier drüben bei den Koordinaten 33.68. Und hier oben ein Spot bei den Koordinaten 37.57. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die immer abgeflogen bin. Und dann einmal hier beim Tool unter Quests in die Gruppen reingehoppt bin, wo das Markgrüner Traum dran steht. Und ja, dann hier ein paar Stunden rumgeflogen. Einmal habe ich ihn hier auch an der Stelle gefunden, blöderweise getötet. Deswegen habe ich die Übelrübe genommen. Die hat nämlich eine Fähigkeit, die Haustiere quasi nicht töten kann. Dementsprechend ist das vielleicht auch eine Option für euch, wenn ihr jetzt auch wie ich stundenlang rumfliegt. Nehmt lieber das mit. Nicht, dass euer Haustier das dann wegkrittet. Genau. Und ja, das war es dann soweit. Jetzt ist das Achievement einmal durch. Und dann sind wir auch mit dem kleinen Video fertig. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.